Hören Sie mit. Ab Donnerstag. Zehn Jahre Mercado Einkaufszenter. Mehr Infos unter mercado-nurmberg.de Treten Sie mit Procon auf die Strompreisbremse. Procon Strom mit Preisgarantie. Bis 31.12.2015. Ohne feste Vertragsbindung und monatlich kündbar. Bei garantiert günstigen Preisen. Einfach online zum Procon Strom wechseln. Auf www.proconstrom.de Es ist Zeit etwas zu verändern. Radfahrer, Auto, Kreuzung, Fußgänger, Stoppschiff. Das Bayernwetter bei uns immer zuerst. Ab heute werden die Nächte wieder länger als die Tage heißen. Im Umkehrschluss. Es wird auch noch ein bisschen länger kälter sein. Heute Nacht geht es auf 4 Grad runter. Aber immerhin, es bleibt trocken. Der Wochentrend auf Antenne Bayern. Bis zum Mittwoch tollstes Altweiber-Sommerwetter tagsüber. Und dann zum Donnerstag ab und zu ein paar Schauer. Aus der Wetterredaktion Christina Hartmann. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. Nachrichten. Mit Arno Siegemund um 19 Uhr. Guten Abend. Bundeskanzlerin Merkel kann... Bundeskanzlerin Merkel kann... Vielen Dank.